Es gibt andere Wege, wie ihr euch reinwaschen könnt. Vielleicht. Was hieltet ihr in eurer Weisheit denn für angemessen? Ihr könntet mir helfen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Ja, die Frage ist jetzt, warum will ich einen Mörder mitnehmen? Die Sache ist... Okay, er bereut es. Ich frage mich aber trotzdem, warum hat er es getan? Ich würde gerne seine Hintergrundgeschichte erfahren, was da passiert ist. Ich bin auf einer Mission von größter Wichtigkeit. Ihr könntet mir helfen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Ja, das bin ich. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Hallo, war das eine Beleidigung, dass ich nicht stark und legendär aussehe? Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Wenn wir es zu verhindern wissen, hoffentlich nicht. Ich möchte keinen verlieren von meinen Gefährten. Wir gehen erstmal. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal. Nicht einmal ein Mörder. Das ist richtig. Deswegen gucken wir mal. Kodex-Eintrag. Heilige Asche. Charaktere. Was haben wir denn da? Sten. Wenn ihr kein Bedauern kennt, habt ihr entweder ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis oder ihr führt ein erbärmliches Leben. Ach so, ich vergesse. Ich vergesse dann immer, dass ich zumindest auch mal auf alles gelesen klicke, damit wir auch sehen, wenn was Neues da ist. Ja, dann gucken wir doch einfach mal. Und sprechen mit der Alten. Mit der Alten sage ich so richtig abfällig. Mit der Kantorin. Was, die Kantorin? Nein, der Kantor war das da vorne. Die, die, genau. Ehrwürdige Mutter. Die Kunari, die vor mittlerweile drei Jahrhunderten auf der nördlichen Insel von Parwollen an Land ging, stammen aus einem unbekannten Land. Und jetzt habe ich einen Ohrwurm. Von Biene Maya. Wer das Lied von Biene Maya kennt, der weiß, warum ich da jetzt drauf gekommen bin. Ehrwürdige Mutter. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lovering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ich wollte mit euch über Stan, den eingesperrten Kunari, sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Was hat er getan? Er hat die Bewohner eines ganzen Hofes auf dem Gewissen. Nur eines der jüngsten Kinder konnte sich lange genug verstecken und überleben. Das Kind hat erzählt, dass sein Vater den Kunari schwer verletzt gefunden und bei sich aufgenommen hat. Diese Güte wurde mit Mord vergolten. Die Männer des Ben haben den Kunari gefunden. Er stand einfach zwischen den Toten. Er hat keinen Widerstand geleistet. Seid ihr sicher, dass er es war? Er hat seine Tat gestanden. Aber er hat nicht gesagt, warum er sie begangen hat. Selbst die erfahrensten der Ritter, die ihn festgenommen haben, waren von der Grausamkeit der Tat erschüttert. Lasst euch von seinem ruhigen Wesen nicht täuschen. Der Kunari stellt eine Gefahr dar. Kann ich euch irgendwie überzeugen, ihn freizulassen? Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Ich wohne hier, um ihn zu seinem Volk zurückzubringen. Ich denke, ihr solltet eure Entscheidung noch einmal überdenken, und zwar schnell. Ich hatte mir überlegt, dass ihr ihn vielleicht freilassen und unter meine Aufsicht stellen könntet. Und was haltet ihr davon, Liliana? Ihr kennt eure Gefährtin besser als ich. Es sind ungewöhnliche Zeiten, Hochwürden. Bei uns könnte der Kunari etwas Gutes tun. Dessen bin ich mir sogar sicher. Wäre die Lage nicht so verzweifelt. Gut, ich vertraue euch. Hier sind die Schlüssel zu seinem Käfig. Der Erbauer wache über euch. Danke, Hochwürden. Wir werden euer Vertrauen nicht enttäuschen. Unsere Füße sind im Boden, ist mir gerade aufgefallen. Ach, im Teppich. Das ist interessant. Ja, sowas fällt mir dann in Videosequenzen auf, weil ich mich dann überall umgucke und alles Mögliche angucke. Nur meistens nicht die Person, die gerade spricht. Okay, wir haben also den Kunari, beziehungsweise den Schlüssel. Das alte von Magistern und mächtigen Blutmagiern regierte Reich von Tivinter. Vom Blutmagiern regierte? Wirklich? So, dann holen wir uns den. Und dann würde ich sagen, gehen wir endlich mal raus aus diesem Dorf und... Also gut, ich habe da eine Frage, die ihr mir nicht beantworten könnt. Redet ihr mit mir? Jawohl. Ihr haltet euch doch für schlau. Ich habe eine wissenschaftliche Frage für euch und wette, dass ihr sie nicht beantworten könnt. Oh, das möchte ich bezweifeln. Also sagt mir, wie hieß Andrastes Ehemann? Das ist eine religiöse Frage, keine wissenschaftliche. Ihr macht Witze, oder? Jedes fünfjährige Kind könnte das beantworten. Wisst ihr nicht mehr als ein Kind? Und? Eure Religion ist mir gleichgültig und euer Spiel ist beendet. Oh, seht die Mächtigen zu Staub zerkrümeln. Okay, wir zerkrümeln auch gerade, weil ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Oh je. War nicht der Erbauer? Ich... Keine Ahnung. Schande über mein Haupt. Wir sind in diesem Spiel nicht gläubig. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ja, ich habe den Schlüssel zu eurem Käfig. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meine Aufsicht zu stellen. So soll es sein. Lasst mich frei und ich werde euch in den Kampf gegen die Dunkle Brut folgen. Wie genau könnt ihr uns helfen? Ich habe mein Leben im Kampf verbracht. Ich kenne den Krieg. Und eure Länder brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Das ist wahr. Wir lassen ihn frei. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Und wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlagen. Dankes, denn ich freue mich, euch bei uns zu haben. Ja, ich freue mich. Eigentlich ja. Andererseits... Ja, doch, eigentlich schon. Können wir gehen. Ich möchte diesen Ort verlassen. Wir haben also... Stan... Oh, er betet so andächtig irgendwie. Und sie steht da ganz lässig. Und Wufi macht sich breit im Bild. Wir bleiben aber, denke ich, bei dieser Besetzung. Vorerst... Kann sich natürlich noch ändern. Was ist da hinten? Da hinten stehen Leute. Abseits, außerhalb vom Dorf. Haben die hier irgendwas zu verheimlichen? Flüchtlinge? Die stehen da so, als würden sie auf uns warten. Deswegen gehe ich erstmal hier hin. Hinten besetzter Helm. Großartig. Hat Liliana irgendeinen Helm an? Ich weiß es gar nicht. Nein, hat sie nicht. Dann hast du jetzt hier einen Helm. Dann hast du zumindest irgendwas an. Hallo? Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Cailin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! War klar. Wer pullt denn da so? Wir gehen nach hinten. Beziehungsweise, wir bleiben einfach hier stehen. Da kommen noch ganz viele andere. Das sind ganz schön viele. Oh nein, wir machen den gerade noch fertig. Geht's allen gut? Es geht allen gut. Wie sie alle auf die Morrigan-Wurst gehen. Nein, warum... Ich dachte, sie ist Fankämpferin. Dann steht sie da im Nahkampf mit der Armbrust. Wie viele Flüchtlinge wir hier gerade getötet haben. Oder Bauern. Oder was auch immer. Wir sind bestialisch. Aber es gab ja auch keine Möglichkeit, mit denen zu reden. Ich hätte es ja gerne versucht. Feuerpfeil. So, da vorne ist wieder irgendwas los. Das sieht auch verdächtig aus. Wir gehen erstmal nach hier. Glaube ich. Was ist das? Blutmagier? Bodan? Sender? Was ist da oben los? Das Klang... Klippbrut! Vorsicht! Und Klippbrut? Da oben? Oh nein! Schnell! Toll, er ist einfach auf die andere Seite runtergegangen. Ah! Da oben ist noch einer, oder? Ich bringe euch was mit. Ich möchte ja nicht alleine sein. Wir täuben. Dann gehen wir auf den da. Aua. Wir kriegen gerade richtig auf die Mütze. Andererseits Liliana eigentlich auch. Alistair da oben macht das eigentlich ganz gut. Wir sollten ja eigentlich keine Akku ziehen. Ach, diese Musik hier ist so tamtam. Blutmagier. Natürlich! Versiegelter Brief. Nehmen. Das Male... Was? Die Verderbnis. Das Wesen der Bestie. Gewinne die Magie des Zirkels. Ach herrje. Hatten wir nicht gerade hier? Quest bezogen. Das Malefaktors Reue. Ich gehe nicht zurück. Sollen sie mich jagen und fürchten mich zu finden. Aber du, Malice, sollst dieses Leben nicht führen müssen. Es würde mich glücklich machen, wenn du im Turm des Zirkels bleiben würdest. Ich habe einige Dinge zurückgelassen, meist den Verzauberern gestohlen. Verkaufe sie und finanziere damit deinen weiteren Weg. Das Bündel befindet sich im mittleren Alkofen des Studierbereichs. Lebt wohl. Bell Groose. Okay. So, wer seid ihr denn? Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Wie tief genau? Gern geschehen. Mein Name ist Bodan Feddick. Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Er ist aber freundlich irgendwie. Ich bezweifle, dass ihr mit einem grauen Wächter reisen wollt. Es könnte kompliziert werden. Ich bezweifle, dass ihr mit einem grauen Wächter reisen wollt. Ein grauer Wächter also? Nun, das erklärt einiges. Versteht mich nicht falsch, aber... Ich vermute, euer Weg bietet mehr Aufregung, als mein Junge und ich verkraften können. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Kodex aktualisiert. Kodex aktualisiert. Schon wieder. Was haben wir? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Ich dachte, Kodex wurde aktualisiert. So, was können wir hier plündern? Oh, Alistair. Eine kleine Statuette mit einer Frau, die in Roben gewandet ist. Das ist für Alistair. Warum? Gut, können wir ihm natürlich gerne mal geben. Das ist ja immer hier. Alistair. Daran könnte ich mich gewöhnen. Oh. Wie sieht's denn da eigentlich aus, so mit den anderen? Oh, Morrigan hat uns sogar ein bisschen lieber als Alistair. Oh je. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist die Gasse. Hörlok Alpha liegt da noch. Und da hinten geht's dann weiter. Das ist für uns eigentlich uninteressant, denn wir wollen ja hier diesen Abschnitt noch nicht verlassen. Ich kann gerade irgendwie, konnte ich gerade die Maus nicht nach oben drehen. So, aber eigentlich haben sie mich daran gehindert, hier diese Elfenwurzel zu plündern. Das wollte ich ja eigentlich machen. Und ihr da vorne seht mir auch nicht ganz koscher aus. Mhm. Wer seid ihr? Und warum laufe ich eigentlich vor? Warum greifen wir uns Mabari-Hunde an? Wir müssen auf jeden Fall immer auf die Hunde gehen. Die machen echt viel Schaden. Tank, wir haben da so ein kleines Mabari-Problem. Anders als wir vertragen. Ganz schön viel. Geschicklichkeit ist gut, um auszuweichen. Oh ja, das ist praktisch. Danke, Alistair. Räuber. Oh, den einen haben wir damit getötet. Wer hast du denn drauf? Wir brauchen gar keinen Heiler. Es läuft eigentlich alles ganz gut. Noch. Noch habe ich zu lachen. Bald werde ich wieder weinen, weil alles so schwierig ist. So wie bei Liliana. Da machen sie uns wieder komplett platt. So. Genau. Wir gehen einfach mal in diese Richtung weiter. Natürlich! Ja. Was? Ach so. Wer seid ihr denn? Warum? Wir brauchen unseren Tank hier vorne. Er ist aber der langsamste. Könntest du bitte antanken? Nimmst du wirklich Sperr? Zur Suche hättest du dich. Na? Das ist dein Ende! Okay, er schafft den da auch noch. Dann schlagen wir den da schon mal ein bisschen an. Und gehen zu den Bogenschützen. Die sind nämlich eigentlich auch immer das Problem. Unser Wuffi! Du hast das Schicksal herausgefordert. Na? Sehr schön. Warum haben wir die ganze Zeit Und wir leben noch. Ja, das wundert mich aber, Herr Tank. Denn eigentlich sollten sie dich schlagen und nicht mich. Irgendwann werde ich sterben, weil du deinen Job nicht richtig machst, Alice. Ach, ja. Elfenwurzel. Na, warum habe ich sie nicht mitgenommen? Wie ihr meint. Jetzt habe ich sie mitgenommen. Ein bisschen störrisch hier. Unser Charakter. Wärmebalsam. Ach, hier kommen wir auch wieder in die Stadt. Naja, ich will ja nicht direkt in die Stadt zurück. Wir haben hier draußen ja, denke ich, noch einiges zu tun. Zumindest haben wir hier noch ein paar Pfeilchen auf der Karte. Und die werden wir noch versuchen abzuarbeiten. Nur ich muss mir echt angewöhnen, zwischen den Kämpfen mal wieder zu speichern, weil es kann dann doch mal passieren, dass es auf einmal rund geht. Ein sehenswerter Baum. Ein sehenswerter Baum? Dein Hund scheint besonderes Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben. Warum? Rangordnung bei den... Mabari ist jetzt aktiv. Toll, er hat besonderes Interesse. Ja, er wollte ihn anpinkeln. Das ist ja super. Ha, Kreaturen. Rangordnung bei den Mabari. Mabari stammen von Hunden ab, die im Rudel gejagt haben. Und wie ihre Vorfahren unterliegen auch sie sehr stark einer festgelegten Rangordnung. Die übliche Methode, diese Ordnung zu ermitteln, besteht darin, wichtige Punkte eines Reviers zu markieren und es dadurch für sich zu beanspruchen. Ist das von Erfolg gekrönt, gewinnt der ranghöchste Mabari Selbstbewusstsein, was indirekt sowohl dem Hund als auch seinem Meister entgegenkommt. Okay, unser Hund hat jetzt also an Selbstbewusstsein gewonnen, indem er an einen Baum gepinkelt hat. Schön, dass man nie auslernt. Also das ist... Oh, Spinnen. Tank. Ich ziehe Το-Efigur zu machen. Und wie meine Zeit, Leider, das ist ... Okay, hast du gut gemacht, live? Oh, sie Und wie